Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Starfield. Tja, in der letzten Episode durften wir ja dieses Schiff einfach mal so plündern, aber ich gehe davon aus, dass wir gleich angegriffen werden, also schauen wir doch mal was passiert. Oder ob es anderweitig ein Nachspiel haben wird. Abducken. So, und jetzt ganz schnell sein. Ich bin hier weg. Ich bin hier weg. Ich bin hier weg. Ich bin noch... Ich habe ein Kopfgeld. Okay. Aber es sind ja 500. So, wir möchten gern zur Lu... äh, 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 zur Luge landen. Oh, cool. Ich kann einfach so weg. Okay. Ich muss jetzt mit dem Kopfgeld... Okay. Das... ...war überraschend einfach. Na gut. So, da rein. Fingen wir das mal hinzu. Ja, jetzt kriegt jemand anderes Ärger, oder? Ja. Mmh... Ja. Oh. 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 Ähm. Oh. Vergiss uns. Der sternenblütige Drecksack will die Artefakte. Lass nicht zu, dass er sie kriegt. Bring die Sammlung irgendwo hin, wo die sie nicht finden können. Er hat recht. Wir müssen hier alles dicht und die Artefakte transportfertig machen. Das geht nur mit genug Feuerkraft. Und die Leute auf dem Auge? Die können wir nicht einfach sterben lassen. Äh. Das Ding ist... Wir müssen hier bleiben, die Artefakte schützen. Ich lasse niemanden zurück. Ich würde uns nicht... Ich glaube, wenn wir halt da rauf gehen, dann kommt der Hunter da runter, macht hier unten alle platt. Wir müssen hier schützen und hoffen, dass sie da oben überleben. Passt aufeinander auf. Heute verlieren wir niemanden mehr. Ich weiß nicht, wie lange das mit den Artefakten... Sollte nicht lange dauern. Aber nur, wenn das blöde... Äh, so... Verteidig ich den... Und wo? Glaubst du wirklicher Platz durch die Vordertür rein? Also, das erklingelt, erwarte ich jetzt nicht. Geht das auch leise? Ich versuche hier zu arbeiten. Soll ich mit dir reden? Es braucht nur etwas Zeit. Walter, alles in Ordnung? Oh, ich glaube, der ist schon da. Fuck. Level 30. Scheiße. Granate. Okay, Granate habe ich geworfen. Granate. Was? Wohin? 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 Okay, wir flüchten. Oh, das ist ja alles ein bisschen größer hier. Level 30. Für dich bin ich 16 oder 17. Oh, ich mache irgendwas mit mehr Wumms. So, ey, die Scheiße. Verdammt, was haben wir da mit den Artefakten? Ähm... Ich habe Fragen, aber die können wir vermutlich später klären. Oh, wir sind hier. Okay, schnell weg. Ach du heilige Scheiße. Jetzt aus dem Weg. Fuck, 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 fuck. Äh, Raumhafen. Äh, Raumhafen. So eine Scheiße. Oh, oh. Okay, ich mache den Jump-Trick. Schnell weg hier. Ach du heilige Scheiße. Ach du Scheiße. Ich muss hier weg. Ja. Okay, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Puh. Ich hätte eigentlich direkt ins Cockpit gehen sollen. Alter, weg. Alter. Alter. Hallo. Ach, Mann. Ach, Mann. Warum habe ich nicht gesagt, gleich Cockpit? Geh weg. Aus dem Weg. Alter, geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Schnell weg hier. Puh. Wetten, dass es gleich Stress im Weltall gibt. Weg hier. Ich glaube, die wäre unten drauf gegangen. Äh. Ah, wie haben wir den Namen? Äh. Ich habe einfach den kürzesten Weg zum Ziel genommen. Aha. Aber ich werde es jetzt ruhiger angehen. Alles voll auskosten. Mh. Das alles dient an einem höheren Zweck. Vielleicht spielst du eine größere Rolle als ich dachte. Mein Fehler. Brauche weiter Artefakte. Wir sehen uns wieder. Wie bitte? Vielleicht händest du die Allheit noch. Das macht doch gar keinen Sinn. Äh. Du hast Angriff und dann. Geht er mit dem Kommentar? Okay. Ähm. Das Auge. Wo bist du? Ah, ich habe immer noch Kopfgeld reisen. Ich gehe mal davon aus, die haben überlebt. Aber die waren ja jetzt mit uns beschäftigt. Wow, 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 wow. Das war jetzt vielleicht ein bisschen schnell. Ja. Ja. Soll ich wieder nachschauen. Okay. Alter, steh dich mal im Weg. Oh, shit. Hey, Barrett. Barrett, hörst du mich? Ich bin Sam. Er hat schon einen Fuß in der Himmels Tür. Es ist vorbei. Wir, wir werden alle Artefakte finden, okay, Barrett? Wir lösen dieses Rätsel. Das schwöre ich. Er... ist tot. Ah, shit. Na los. Gehen wir. Wir können nichts mehr ändern. Äh. Fuck. Oh. Du lebst wenigstens noch. Du... lebst. Cricks Geist kann noch warten. Haben das Schiff am Auge andocken sehen und uns die Waffen geschnappt. Aber als die Türen aufgingen, war keiner da. Wie ein verdammtes Phantom. Hab nichts gesehen. Dann plötzlich ein scharfer Schmerz und schon war ich weg. Keine Ahnung wie lange. Aber als ich zu mir kam, hat er damit geprahlt, zur Loge zu gehen. Während unsere Freunde blutverschmiert von ihm wegkrochen. Keine Tränen für die Alten. Kümmere dich um die anderen. Okay. Ach man. Schade. Ist hier noch mehr? Ah, da sind wir auf der anderen Seite. Ach so ein Shit. Gut. Er... Er kam aus dem Nichts. Danke. Ich kann mich zwar noch nicht bewegen, aber ich komm durch. Geh nur. Okay. Gut. Ein Verlust. Ich müsste von der Seite mal kurz ein Foto machen. Weil es ein bisschen morbide. Nehmen wir das Thumbnail. Mal gucken. Moin. Dem Himmel sei Dank. Du bist okay. Mir geht es gut. Los. Kümmere dich um die anderen. Ja, das waren jetzt alle. Oder? Geh jetzt eine neue zurück. Glück. Hm. 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 Ist das jetzt der Punkt wirklich mit dem Außenposten? Hm. Auf mein Schiff. Ist das eine gute Idee. Auf mein Schiff. Ah, Außenposten. Ich bin irgendwie da. Ja, probieren wir es mal. Mit hohen Schutzmauern hoffe ich. Falls die Sternenblüte eine Schwachstelle für einen Angriff finden. Hier, bring die Artefakte in Sicherheit. Wir treffen uns dann wieder in der Loge. Du kannst jetzt auf deinem Schiff... Was? Du kannst jetzt auf deinem Schiff und in deinem Außenposten das Armelar bauen. Um dein Schiff mit dem Armelar auszustatten, öffnet dir ein neuen Armelar-Budget mit Cockpit deines Schiffs. Um mit deinem Ausposten mit einem Armelar auszustatten, starte die gewünschten Ausposten. Äh, okay. Oder doch auf dem Schiff. Ähm... Geh mal ins Cockpit. Geht das vom Cockpit aus? Nee, dann sollen wir mal aufstehen. Ist das hier? Ja, komm. Machen wir's dir. Was soll man jetzt bewegen? Dort, wo du es... Sind Angriffe durch den Sternblüte wahrscheinlich... Er ist so, dass... In deinem Inventar erhöht sich die Wahrscheinlichkeit überall. Okay. Also, Angriffe sind wahrscheinlich, ja. Trauer ist in solchen Momenten üblich, wurde mir gesagt. Ja. Wohl wahr. I guess in die Loge. Okay. So. Ich geh ja zur Loge zurück. Ja gut, dann gehen wir wieder runter. New Atlas. Und jetzt nicht mehr direkt. Okay. Okay. Wir brauchen mehr, um... Oh. Deswegen keine Schnellreise, weil hier alles abgefuckt ist. Alles klar. Das... ging ja ganz schön ab. Aha. Oh. Okay. Party time hier. Must is tricked. Dankeschön. Hätte der jetzt nicht eigentlich fahren sollen? Hätte nie gedacht, dass es dazu kommt. In den Ausmaß? Nee. Okay, aber hier... ist weitestgehend alles normal. Mal schauen, ob ich das bereuen werde, dass die Artefakte auf dem Schiff sind. Okay, kurz ausruhen. Das persönliche Hab und Gut von Barrett wurde in den Kerl der Loge gebracht. Okay. Naja, bei dem Angriff... In der Loge sind alle etwas distanzierter. Wir fühlen uns gerade alle total am Boden zerstört. Aber ich glaube, ich hab da was. Ernsthaft. Und was? Ich weiß, dass gerade niemand über unsere Begegnung mit dem Hunter reden will. Aber etwas, das er sagte, geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Und was? Ach so, ja, genau. Äh... Seine Vergangenheit für uns, ich hielt das für ein Bluff? Nee, das glaube ich nicht. Ja. Genau. Genau. Irgendwie. Die Sache ist, dass ich das Wort schon mal gehört habe. Das taucht in den Reden von Hüter Aquilus auf. Der Priester? Wird das Sanktum Universum unsere kleine Entdeckerfahrt segnen? Das kann kein Zufall sein. Das Sanktum glaubt schon immer, dass die Sterne Antworten bergen. Ich weiß, das ist kaum mehr als ein Stochern im Nebel und ziemlich abenteuerlich. Aber... Warum reden wir nicht mit ihm? Äh, schaden wir jetzt nicht, aber ob er wirklich uns helfen kann... Naja, wo ist denn das überhaupt? Es ist direkt hier in der Stadt. Gar nicht weit von der Loge. Ja, gut. Wird schon die Schaden. Der Hüter soll ja angeblich einiges wissen. Danke. Ich weiß, es ist ein Schuss ins Blaue, aber... Es fühlt sich einfach richtig an. Wir treffen uns dort. Oh... Okay. Nee. Na gut. Schauen wir gleich mal den Rucksack an, den wir da bekommen haben. Einfach so. Äh... Wo ist das? Was ist das hier? Constellation. Da kann wirklich ein bisschen mehr, aber ansonsten... Ist der schon geil. So, dann gehen wir mal... Da nach hinten. Mit dem Priester. Ich erhoffte mir da jetzt nicht sehr viel davon. Okay. Der scheint irgendwo da hinten zu sein. Okay. Ach, da unten. Okay. Oh, was steht da? Priester Collective Embassy. Ach so. Mein Sehen. Ähm... Ähm... Ich glaube, es ist besser, wenn er das macht. Hüter, wir würden gerne über die... Allheit sprechen. Bist du dir sicher, Matteo? Diskussionen über die Zukunft der Menschheit sind langwierig und nichts für schwache Nerven. Nein, so meinte ich das nicht. Wenn du von der Allheit redest... Nun... Bedeutet das noch etwas anderes? Etwas... Geheimes? Vielleicht sollten wir das drinnen besprechen. Aha. Ah... Interesting. Wissen wir vielleicht noch etwas? Habt ihr vielleicht sogar ein Artefakt, von dem wir nicht wissen? Na gut. Gehen wir einfach mal rein. Oh, ist aber nett hier. Oh. Hm... Die Formen auch, ne? Ich glaube, die wissen was. Dann... Gehen wir mal... Warte mal, bevor wir da reingehen... Okay, hier ist nichts. Gehen wir in das Office mit den großen Fenstern. Gehen wir rein. Gehen wir rein. Ciao. Nun, da wir unter uns sind, verrate mir doch, was genau euch zwei heute zu mir geführt hat. Alles von... Wir wurden von einer Gruppe angegeben, die sich Sterneblüter nennen. Ja, machen wir mit ihm. Wir haben gute Leute verloren. Das tut mir sehr leid. Und diese Sternenblüter, die sind... Anders als die Bewohner der besiedelten Systeme? Es gab schon immer Rätsel, die unser Verständnis des Universums und unsere Vernunft zu übersteigen schienen. Der Glaube von jemand anderem schenkt uns das Leben. Obwohl nicht abzusehen ist, was aus uns einst werden wird. Ihr seid also ins Unbekannte vorgestoßen. Ohne jede Ahnung, wohin es führen würde. Und seid hier gelandet. Ich glaube, das kann ich. Wenn ihr willens seid, euch etwas länger durchs Dunkel vorzutasten, kann ich euch den Weg zur Erkenntnis zeigen. Ich weiß ja nicht. Die Geschichte, weit älter als das Sanktum-Universum, über jemanden, der jeden Winkel der besiedelten Systeme durchwanderte. Dieser Pilger wollte die wahre Bedeutung der Allheit entdeckt haben. Ich hielt das für eine Parabel zur Vereinigung der Menschheit. Aber vielleicht ist es mehr. Ja. Ich verstehe deine Zweifel wohl, aber habe bitte noch ein wenig Geduld. In meiner Geschichte besuchte der Pilger die Gründer des Hauses der Aufklärung und den rätselhaften Kult von Varun und gab ihnen allen einen Teil der Wahrheit. Dann begab er sich zu seiner letzten Ruhestätte, um den Rest seiner Tage lang über sein Infinitum Addendum nachzusinnen. Seinen Beitrag zur Unendlichkeit. Aber was, wenn diese Geschichte kein Gleichnis ist, sondern ein Code, der zum Pilger führt? Oder zumindest zu seinem Grab? Äh, jetzt wird's interessant. Ähm... In der Tat. Du solltest mit ihnen über diesen Allheitspilger sprechen. Und zwar nicht nur im theologischen Sinne. Äh... Haus war Rune zu kandidieren. Eigentlich war. Weil ich in der Allheit etwas anderes suchte als du. Eine neue Perspektive könnte die Wahrheit aufdecken. Ja, ich glaube nicht, dass uns das helfen wird, aber was soll ist. Die Aufgeklärten haben eine Basis im Unterdeck hier in New Atlantis, wo sie den Ärmsten helfen, sich ein besseres Leben aufzubauen. Anhänger von Varun sind weniger zugänglich. Aber vor kurzem wurde eine Fanatikerin gefasst, die UC-Schiffe angegriffen hatte. Ich habe sie schon einige Male besucht. Hoffentlich wäre sie bereit, auch mit dir zu reden. Ich werde hierbleiben. Der Hüter und ich haben viel nachzuholen. Und ich hätte auch noch ein paar Fragen. Okay. Okay, dann gehen wir uns mal auf den Glaubenstrip. Mal schauen, ob wir da zu Antworten kommen. Also, wohin zuerst? Mal schauen, ob wir vielleicht zuerst ins Unterdeck. Oder wo sind denn jetzt alle? Sehr aussagekräftig. Jetzt gibt es mal eine echte Karte hier. Müssen wir da... Schnellreise? Schnellreise oder nach unten? Ach komm, machen wir mal eine Schnellreise. Ach, da ist das News-Network. Süddele. Raumhafen. Jetzt fährt es. Geht doch. Welcher Marker ist jetzt der richtige? Vermutlich der da. Ah, stimmt ja. Da... Ich glaube, ich war mir ja doch sogar mal drinnen, oder? Ja. Moin. UC Security. Nee, da waren wir nicht drin. Ich verloge ich es. Okay. Wir können einfach rein. Ah, nicht klar. Das ist ja mal High Security. Und auch. Moin. Weißt du, warum die Crimson Fleet überall zu sein scheint? Weil sie überall kleine Außenposten hat. Nach dem Kolonie-Krieg wurden... Nach dem Kolonie-Krieg wurden... Besuch? Ich brauche keine Gesellschaft. Überall in den besiedelten Systemen. Du willst also etwas über Varun wissen? Wie die Wachen, wie der Hüter. Sinn für Humor ist wohl keine Stärke der Fanatiker. Und Modebewusstsein. Die große Schlange lauert in den Schatten. Und außer den Gläubigen alles zu Staub verwandeln. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Nichts weiter. Achtet mal auf die Texturen von dem Gitter. Ja, ist ein bisschen dezent flach, ne? Mit der Kollege sprach von dem Pilger. Ich muss mehr erwähnen wissen. Eine Schlange ist eine dürftige Antwort auf ein Problem mit dem Universum. Ja, da muss ich ein bisschen einspeicheln. Alter, was ist denn mit dir? Jinan Varun trifft den Ungläubigen und erhält eine falsche Prophezeiung von ihm. Aber Jinans Glaube an die große Schlange ist so stark, dass er den Ungläubigen sofort niederstreckt. Aber der Ungläubige kehrt zurück. Jinan weiß, die große Schlange testet ihn. Und er will die Probe bestehen. Viermal kämpfen sie. Und während sie kämpfen, verstreichen 120 Tage. Vergiss diese vier Kämpfe nicht, Jinan, spricht der Ungläubige. Vergiss diese 120 Tage nicht. Aber Jinan erkennt die Blasphemie in seinen Worten und tötet ihn. Das ist alles. Vier und 120. Dein Gott, er muss doch mehr können, als er zu töten. Ich muss wissen, was... Ja. Allheit ist mir kein Begriff. Wenn, dann ist sie ein... Was war das jetzt? Schatten, den die große Schlange wirft, um die Ungläubigen zu verführen. Stärke und Glaube spiegeln deine Würdigkeit für die große Schlange wieder. Zu zeigen, dass du nicht zweifelst, ist wichtiger als der Tod. Ich bin des Sprechens müde. Geh. Ja, ein bisschen Glaubensgedöns, aber es ist wirklich... Nein. Ja, ich weiß. Aber nein. Join now. Nee. Viermal kämpfen. 120 Tage. Hast du Zeit zu reden? Nein. Wie oft denn noch? Boi. Das ist schlimm in den ganzen Gesprächen. Zödele. Aufzug. Ich würde es irgendwie auch noch toll finden, wenn man da unten ins Unterdeck eine Schnellreise machen könnte. Kannst du dir Zeit für ein Gespräch nehmen? Ist schön, unterwegs zu sein. Ach, was ist denn? Sorry, dass ich ein bisschen durch den Wind bin. Ich habe kaum geschlafen. Ich... Naja, ich wollte mit Lilin reden und bin nicht cool geblieben. Wurde etwas hitzig. Ich habe Cora aufgeweckt. Ich bin da, wenn du soweit bist. Hey, das ist wieder so ein Gespräch. Ah, das ist hier ganz in der Nähe. Oh. Okay. Ein bisschen uns. Willkommen im Haus der Aufklärung. Wenn es um die Finanz- und Nahrungsmittelhilfe geht, da gibt es derzeit Rückstände. Aber wir tun, was wir können. Oh. Ich dachte, tut mir leid. Kann ich helfen? aufgeklärt schabelliert die aufgeklärt ich kann dich gut verstehen bei allem was wir erlebt haben ist es echt schwierig an ein gütiges kosmisches wesen zu glauben lustig manchmal denke ich über unseren namen nach haus der aufklärung er bezieht sich auf zeitalter der aufklärung als die menschheit begann das universum wissenschaftlich zu erklären und nicht mit aber glauben aber natürlich glauben die meisten wir wären herablassend aber hast du sonst noch etwas auf dem herzen allerdings hüter aquilus schickt ich ich weiß das klingt verrückt es ist wichtig wirklich ich habe das mit ihm schon mehrmals durch es gibt keinerlei hinweis auf einen allheitspilger aber wenn ihr beide darauf besteht unsere frühesten aufzeichnungen sind größtenteils bürokratischer natur hilfsprojekte therapie notizen spesen aber einige gespräche haben die gründungsmitglieder sehr detailliert aufgezeichnet sie passen am ehesten zu dem was aquilus beschreibt ja warum eigentlich nicht wir haben vielleicht sogar welchen aber jedenfalls ein mann kam ins erste haus der aufklärung die gründungsmitglieder nannten ihn nur den wanderer sie dachten erst er wäre auf almosen aus aber stattdessen stellte er nur eine menge fragen wenn deine philosophie auf der moral eines individuums aufgebaut ist was ist mit der zweiten person sie ist vielleicht anderer meinung ist das problem der zwei nicht das was du wirklich suchst und sie antworteten nur jedes individuum muss verstehen wie es durch die zweite person bereichert wird alle menschliche mühe beruht auf kooperation die uns voranbringt und immer so weiter ein jahr lang kam er jede woche wieder und jedes mal hatten sie das gleiche gespräch zweite person das problem der zwei und all das das problem der zwei vier mal kämpfe 120 tage ja das gehört zu unseren grundprinzipien es gibt kein gott der uns belohnt wenn wir gutes tun wir müssen einander helfen weil wir es wollen wenn es niemand auf sich nimmt die besiedelten systeme besser zu machen werden uns nicht mehr zu tun hmmm ehrlich ich glaube die gründungsmitglieder haben alles erfunden früher war man nicht ganz so offen atheist ich glaube sie haben mit dem verfassen ihrer eigenen schrift experimentiert zum glück haben sie schnell damit aufgehört nach den aufzeichnungen über den wanderer kommt so etwas nicht mehr vor okay außerdem was der hüter darüber sagen würde klingt nach einem versammlungspunkt oder zentrum oder all soll für eine einheit stehen die eine einheit eins das erste der anfang tut mir leid aber das ist alles was ich dir anbieten kann ich hoffe du findest was du suchst oh hey da fällt mir ein du gehörst doch zu den aufgeklärten oder hier eine kleine praktische hilfe von deinen freunden in der bewegung oh ich würde gern mit dir nein sam lass das mal okay vielleicht abhängig von der gesunde bis zu 100% energie ist es was alles klar nein ja gut dann gehen wir wieder nach oben aber ich glaube da kann ich jetzt schnellreise machen äh sprich ja du trägst alter nee gut dann brauche ich glaube ich irgendwie einen händler sieht da irgendjemand so aus oh ich weiß wir könnten eigentlich da zu den handelstypen gehen weil da kann ich eh mal meinen ganzen shit verkaufen und ich laufe genau in die falsche richtung da ist es ok ich warte ja es ist echt gemein mit der kondition moin servus der welt des handels ist es natürlich natürlich ok sie hat wieder credit sonstiges jo ressourcen nee helme haben wir zwei ach scheiße ich bin bei kaufen shit gut ich muss verkaufen äh sonstiges aah so dumm ressourcen notizen hilfe kleidung hm hm helme wenn man den mal weg den mal weg anzüge weg 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 ja cool 109 was ist denn alles so schwer rucksäcke waffen 8 ja 106 ok da ist natürlich ein bisschen was sonstiges Digi Dietrich Hilfe Spaghetti den wir geschenkt gekriegt haben warum sind wir so schwer Hilfe Notizen Anzüge das gibt's doch nicht und doch nicht die hier alle sein ok das war's jo immer gern und das macht sie gefährlich äh schnellsten raus da und links nice ok ich würde sagen jetzt machen wir noch das Gespräch und dann ist für die Episode eh schon wieder vorbei ok wir sind an der Zeit können wir uns mal kurz unterhalten zum x tausendsten Mal nein später vielleicht also das könnten sie ruhig ein bisschen anders einstellen dass diese Gesprächsanfragen nicht so oft stattfinden ist eigentlich ein sehr guter Trick mit dem Jumpen und dem Booster noch mit dazu ok das wollte ich jetzt eigentlich nicht hi wie fester moin moin können wir hinsetzen ne du bist zurück was hast du erfahren war in ihren Geschichten etwas verborgen wie wir gedacht haben mhm in der Geschichte kamen die Wörter 2 also 2 und 2 vor Planeten werden oft nach einer Zahl benannt dieses zweite könnte der zweite Planet im System sein was hast du noch erfahren es ist aber schon sehr umdäckig gedacht oder ja wenn es wirklich einen Ort gibt den wir finden sollen die Zahlen klingen verdächtig nach Koordinaten war da noch etwas ja was er der Unendlichkeit hinzufügte vielleicht weist das auf einen Namen hin wenn wir seine Ruhestätte finden wollen bräuchten wir die Namen eines Sternensystems oder nun wir haben Zahlen die Koordinaten sein könnten ein möglicher Hinweis auf einen Planeten in einem System aber wie heißt das System Infinitum Addendum was wenn wir die Wörter teilen ich kenne kein System mit dem Namen Finite oder bleibt nur in und dumm so fühle ich mich übrigens gerade Indom das ist der Name des Sternensystems ich glaube ich habe jetzt alles was ich brauche mein nächstes Planetenentdeck nenne ich irgendwer wird bestimmt darüber lachen ja ich gut Indom ja richtig der zweite Planet von Indom und zwar bei 4 und 120 dort findest du die Ruhestätte des Pilgers und von da aus findest du vielleicht die wahre Bedeutung der Allheit bevor du gehst du hast jetzt viele verschiedene Perspektiven unseres Universums kennengelernt und wirst sie in gewisser Weise auf deinen Reisen mitnehmen ich weiß dass du eine bestimmte Allheit suchst aber wenn du raten müsstest was sie ist was würdest du sagen uuuuhh schwierig das ist etwas heiliges etwas das alles zusammenmengt Allheit ist nur ein Wort und ich muss sie ich muss sie finden und nicht beten nur ob sie Leute überzeugen und werden uns die Wahrheit bringen wir werden ne ja und wenn das erledigt ist was machst du dann selbst der objektivste Wissenschaftler glaubt dass der Menschheit allein die Beobachtung zum Vorteil gereicht du wirst einen ähnlichen Teil deiner selbst mitnehmen wenn du die Antwort findest beeinflusst das deine Sichtweise nicht hmm der Vorteil der Wissenschaft ist der dass die Gedanken einer Person überprüft werden können ja stimmt das gibt mir nicht das Recht die Allheit schon im Vorfeld zu definieren wie soll mir das ja ich gebe meinen ersten du willst also die Wahrheit finden und sie dann von anderen bestätigt wissen die Allheit ist eine aus Beobachtung und Bestätigung geborene Realität nur die Wissenschaft hat all das hier New Atlantis möglich gemacht nun ich halte dich nicht mehr auf das hat Spaß gemacht muss ich zugeben geh finde deine Wahrheit ja mal sehen ob wir da wirklich was finden ich würde gerne mit dir reden wenn du mal Zeit hast ey du tust mich schon ein bisschen triggern Sam ok ja ich würde sagen in der nächsten Episode schauen wir mal ob wir da irgendwas finden bei diesem bei Koordinaten ob da ein Grab ist und was dann da ist wird langsam religiös wenn es euch gefallen hat lasst auch einen Daumen da und dann bis zum nächsten Mal ins Dachfeld ja liebe Leute das ist leider das Ende von dem Video wie immer würde ich mich freuen wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt wie ihr es gefunden habt Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte kommt auch auf unseren Discord Server Link ist da rechts oben gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr kein Upload mehr bis denn dann euer Braubucher bis zum nächsten Mal tschüss